Gestern war für mich, glaube ich, so eines der krassesten Highlights ever hier auf dem World Club Daumen. Ich habe hier auf der Bankside performt und die Halle war bumsvoll. Ich bin erleichtert, dass es so super funktioniert hat und ich bin echt beeindruckt, wie ihr darauf reagiert habt und wie es so ankam. Also guckt euch alle die Videos an, habt Spaß mit mir zu sehen. Oh, ist das kalt. Winter Edition. Ja, wir geben jetzt auf. Komm, geh mal steil, Alter. Steil, Digga. So was von. So was von. Up. Down. Up. Irre, Alter. Ich komme nicht klar gerade. Gib mir den Deckel. Hey, fuck off me, Spikus. Hey, wo ist der Deckel? Wir haben Geschichten geschrieben. Ja. Noooo. No